Hallo, liebe Grundkursfreunde des Telekollegs. Wir wollen uns heute mit der Menge der reellen Zahlen und dem Lösen von quadratischen Gleichungen beschäftigen. Immer wenn man glaubt, man kann endlich alles im Bereich der Mathematik, dann stößt man an einen Punkt, an dem das Erlernte nicht mehr ausreicht. Wenn es Ihnen ab und zu mal so geht, müssen Sie nicht verzweifeln oder gar traurig sein, denn diese Erfahrung musste auch der große Mathematiker Pythagoras machen, der fest davon überzeugt war, dass alle sichtbar auftretenden Probleme mit ganzen Zahlen und Bruchzahlen erfassbar sind. Aber eines Tages kam zu ihm sein Schüler Hippasus und stellte ihm eine damals nicht zu beantwortende Frage. Begeben wir uns mal in die Zeit um 500 vor Christus, als in der Pythagoreischen Schule noch der Leitsatz galt, die Zahl regiert das Universum. Meine Lieben, heute werden wir zuerst ein Quadrat mit einer Seitenlänge von einem Fuß zeichnen. Sehr schön. Und welche Grundfläche hat dieses Quadrat jetzt wohl? Pythagoras, das hat einen Fuß zum Quadrat. Stimmt, genau. Und jetzt zeichnet mal ein Quadrat mit einer Seitenlänge von zwei Fuß. Und was haben wir jetzt für eine Grundfläche? Es gibt eine Fläche von vier Fuß im Quadrat. Genau. Und wie sieht das Ganze jetzt aus mit einer Seitenlänge von 1,5 Fuß? Das sind dann 1,5 Fuß mal 1,5 Fuß und ergibt dann 2,25 Fuß. Sehr schön, richtig. Pythagoras, ich habe hier was. Ja, was gibt es, Hippasus? Ich habe soeben ein Quadrat konstruiert. Das hat wirklich eine Fläche von zwei Quadratfuß. Ich kann nur die Seitenlänge nicht exakt bestimmen. Ah, das kann nicht sein. Zeig mal her. Dann ist die Seitenlänge eben 1,4 Fuß. Das habe ich auch schon durchgerechnet. Das ergibt dann 1,96 Fuß zum Quadrat. Hm. Und wenn wir 1,5 Fuß nehmen, ergibt es 2,25 Quadratfuß. Hm. Aber irgendwie muss das doch gehen. Sie sehen, bereits um 500 vor Christus wurden die Lehrer durch Schülerfragen in die Enge getrieben. Wir wollen das Problem jetzt noch einmal nachvollziehen. Ich werde aber nicht mit Fuß und den dazugehörigen Quadratfüßen rechnen, sondern ein heutige bräuchliches Längenmaß, nämlich Zentimeter, verwenden. Vielleicht ging es am Abend bei Pythagoras zu Hause auch so weiter. Wir haben ein Quadrat mit 1 cm Seitenlänge und somit einer Fläche von 1 cm mal 1 cm ist 1 cm hoch 2. Bilden wir ein neues Quadrat über der Diagonalen des Ausgangsquadrates, ergibt sich doch tatsächlich eine neue Quadratfläche von 4 mal der Hälfte des ursprünglichen Quadrats. Also 4 mal 1,5 mal 1 cm hoch 2. Die Flächenmaßzahl ist demnach 2 Quadratzentimeter. Und mit dieser 2 hatte Pythagoras zu kämpfen, denn er musste nun eine Zahl finden, die mit sich selbst multipliziert 2 ergibt. Und das führte ihn zur Raserei, denn es widersprach seiner bisherigen, so stark gepriesenen Zahlenthese. Wir können heute mit Hilfe des Taschenrechners über Interpolation, das heißt über ein Annäherungsverfahren, die Zahl annähernd bestimmen, die mit sich selbst multipliziert 2 ergibt. 2 ist größer als 1 zum Quadrat und kleiner als 2 zum Quadrat. Übernehmen wir noch die Werte aus dem Film, 1,4 zum Quadrat war kleiner als 2 und 1,5 zum Quadrat größer als 2. Und jetzt gehen wir auf die Hundertstelstelle. 1,41 zum Quadrat ist mit dem Ergebnis 1,9881 kleiner als 2 und 1,42 zum Quadrat mit seinem Ergebnis 2,0164 größer als 2. Man kann dies immer weiter fortführen. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie versuchen, ob Sie einen genauen Wert im Bereich der rationalen Zahlen Q finden. Pythagoras gab wahrscheinlich auf, denn er musste erkennen, dass es neben den rationalen Zahlen auch noch irrationale Zahlen gibt. Die rationalen Zahlen Q liegen im Vergleich zu den ganzen Zahlen schon sehr dicht nebeneinander auf der Zahlengeraden. Es gibt nämlich unendlich viele Zahlen zwischen zwei noch so eng benachbarten rationalen Zahlen. Und trotzdem erfüllen Sie die Zahlengerade nicht lückenlos. Wie geben wir aber die Zahl genau an, die mit sich selbst multipliziert 2 ergibt? Dass es die Streckenlänge gibt, ist nachgewiesen. Sie trifft auf der Zahlengeraden eine Zahl, die keiner rationalen Zahl entspricht. Denken wir noch mal zurück. Die Schüler von Pythagoras haben zuerst quadriert, um die Quadratflächen zu ermitteln. Danach versuchte der Schüler Hippasus das Umgekehrte. Und diese Umkehrung des Quadrierens wird für nicht negative Zahlen als Wurzel ziehen oder nach dem Lateinischen Wort Radix, was Wurzel bedeutet, als Radizieren bezeichnet. Als Symbol verwendet man ein stilisiertes R von Radix. Die ersten modernen Wurzelzeichen findet man in der Literatur aus dem 15. Jahrhundert. Das R wurde nach und nach etwas verändert. Bis unsere heutigen gebräuchlichen Wurzelzeichen daraus entstanden. Diese neuen Wurzelzeichen stammen von Herrn Stiefel. Der genaue Wert, der mit sich selbst multipliziert 2 ergibt, ist also die Quadratwurzel aus 2. Auf unserer Zahlengerade eingetragen. Statt des Näherungswertes 1,4142 schreiben wir den ganzen Wert Wurzel aus 2. Nach diesem Schema gibt es auch die Quadratwurzel aus jeder beliebigen Zahl. Manchmal eindeutig, wie bei der Quadratwurzel aus 4, denn 2 mal 2 gibt 4. Oder nicht genau bestimmbar, wie die Quadratwurzel aus 5, deren Ergebnis zwischen 2 und 3 liegt. Sollen alle Lücken auf der Zahlengeraden geschlossen werden, so ist ein neuer Zahlenbereich erforderlich, der die wirklich vorhandenen Zahlen darstellt. Und dieser neue Zahlenbereich ist die Menge R der reellen Zahlen. Er beinhaltet die Menge der rationalen Zahlen, die wiederum die Menge der ganzen Zahlen und die Menge der natürlichen Zahlen. N ist eine Teilmenge von Z, Z wiederum eine Teilmenge von Q und Q eine Teilmenge aus den reellen Zahlen R. Die reellen Zahlen beinhalten neben den rationalen Zahlen unendlich lange, nicht-periodische Dezimalbrüche. Aber jetzt wollen wir mit diesen Wurzeln auch noch rechnen. Eines haben wir schon gehört. Das Wurzelziehen ist die Umkehrung des Quadrierens. Die Quadratwurzel aus A ist die positive Zahl x, die beim Quadrieren A ergibt. Man schreibt dafür, Quadratwurzel aus A ist x für A und x Element aus Q0+. Der Term unter der Wurzel wird als Radikant bezeichnet. Allgemein ist das Radizieren die Umkehrung vom Potenzieren. Es wird aber nicht nur mit der Hochzahl 2 potenziert, sondern auch mit 3, 4 und so weiter. Also bis n. Der Wurzelexponent n gibt an, wie oft der Faktor A unter dem Wurzelzeichen auftreten muss, damit er einmal vor das Wurzelzeichen gezogen werden darf. Das Ergebnis liefert uns dann den Wurzelwert. Ein paar kleine Beispiele. Die dritte Wurzel aus 2 mal 2 mal 2. Da der Faktor 2 dreimal unter der Wurzel steht, darf er wegen der dritten Wurzel einmal vor die Wurzel gezogen werden. Der Wurzelwert beträgt somit 2. Oder die Quadratwurzel aus 5 mal 5 mal 5. Wegen des Wurzelexponenten 2 können jeweils zwei Faktoren zusammengefasst einmal vor die Wurzel geschrieben werden. Wir erhalten 5 mal Quadratwurzel aus 5. Die Quadratwurzel aus 5 könnten wir über Interpolation bestimmen oder in unserem modernen Zeitalter mit dem Taschenrechner berechnen. Da der Taschenrechner je nach Fabrikat unterschiedlich gehandhabt werden muss, wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Kollegtaglehrer vor Ort. Wir haben jetzt die Aufgabe, mit Quadratwurzeln weiterzuarbeiten. Als erste Vereinfachung merken wir uns, dass die Quadratwurzel auch ohne Wurzelexponent angegeben werden darf. Zweite Wurzel aus A ist somit gleich Wurzel aus A. Und man muss auch nicht immer Quadratwurzel sagen, denn unter der Wurzel versteht man automatisch die Quadratwurzel. Nur alle anderen müssen genau bezeichnet werden. Aber das kennen Sie ja schon. Der Mathematiker ist ein bequemer Mensch, sucht immer die kürzeste Schreibweise und sagt Potenzen erst ab der Hochzahl 2 an und nicht für die Zahl 3, zum Beispiel stets 3 hoch 1. In der Praxis beschafft man sich von Quadratwurzeln, die keine rationalen Zahlen sind, Näherungswerte und rechnet mit diesen Werten. Möchte man aber mit genauen Werten rechnen, muss man die Wurzelschreibweise beibehalten und die Rechenausdrücke nach bestimmten Regeln, den sogenannten Wurzelgesetzen, umformen. Ich gebe Ihnen jetzt eine Zusammenstellung der für Sie im Telekolik wichtigen Gesetzmäßigkeiten. Eine Quadratwurzel quadriert ergibt als Ergebnis den Radikant. Zweimal ein gleicher Faktor unter der Wurzel gibt einmal den Faktor außerhalb der Wurzel. Bei der Multiplikation von Wurzeln dürfen die Radikanten unter eine Wurzel zusammengefasst werden. Gleiches gilt auch für die Division. Wurzel A durch Wurzel B ist Wurzel aus A durch B. Hierbei darf B nicht gleich Null sein, da eine Division durch Null nicht erlaubt ist. Beispiele zur Anwendung dieser Wurzelgesetze finden Sie in Ihrem Begleitmaterial. Arbeitet man nicht nur mit Zahlen, sondern auch mit Variablen, so kann man oftmals nur Termteile radizieren. Ein kleines Beispiel auch dazu. Wurzel aus 50 A hoch 3, B hoch 2. Ein Faktor muss zweimal unter der Wurzel auftreten, damit man ihn einmal vor die Wurzel ziehen kann. Dazu faktorisieren wir den Radikant weit möglichst und erhalten Wurzel aus 5 mal 5 mal 2 für 50, A mal A mal A für A hoch 3 und B mal B für B hoch 2. Je zweimal treten die 5 die Variablen A und B auf. Somit kann man sowohl die 5 als auch die Variablen A und B je einmal vor das Wurzelzeichen ziehen und es bleibt unter der Wurzel der Term 2 mal A stehen. Man nennt diese Art des Wurzelziehens, da nicht alles radiziert wurde, teilweise es radizieren. Merken Sie sich aber, dass nur aus Produkten und Quotienten radiziert werden darf. Ist der Radikant eine Summe oder eine Differenz, so muss man den Summenwert bzw. den Differenzwert bilden, bevor radiziert werden kann. Auch hierzu finden Sie im Begleitmaterial ein Beispiel. Wozu kann man jetzt dieses Radizieren verwenden? Zum Schutz vor den bösen Machbaren möchte jemand eine Steinmauer errichten lassen. Ja, grüß Gott. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gerne eine Mauer bauen für die Westseiten von meinem Grundstück, so ungefähr 2 Meter hoch. Und wie lang soll es werden? Moment, ich hab's mir aufgeschrieben. Gleich, Moment, ich hab's gleich. Jetzt hab ich doch meinen Zettel vergessen. Aber das macht nichts, weil mein Grundstück ist 576 Quadratmeter groß und es ist nahezu quadratisch. So, 576 Quadratmeter. Die Wurzel sind 24. 24 Meter wird es langwert, was ich sagen. Wie hat das der Verkäufer gerechnet? Die Fläche eines Quadrates beträgt A, ist A hoch 2. Die Flächenmaßzahl ist 576. Um von A hoch 2 auf A zu kommen, müssen wir die Wurzel ziehen. Damit die Gleichung wahr bleibt, muss man es auf beiden Seiten tun. Haben wir irgendwann mal gelernt. Wir bekommen Wurzel aus 576, ist Wurzel aus A hoch 2. Beide Radikanten faktorisiert, ergeben Wurzel aus 24 mal 24, ist gleich Wurzel aus A mal A. Und jetzt das bereits gelernte Angewandt. Zweimal der gleiche Faktor unter der Wurzel, gibt einmal den Faktor außerhalb der Wurzel und schon haben wir das Ergebnis des Verkäufers. Wir haben somit eine Anwendung für das Radizieren gefunden. Es ist ein Hilfsmittel zum Lösen von quadratischen Gleichungen. Besitzt nämlich eine Gleichung mindestens eine Lösungsvariable, in unserem Fall war dies das kleine a als Quadrat, so spricht man von einer quadratischen Gleichung. Und unser Fall war zudem noch ein Sonderfall, da die Gleichung nur aus dem Quadrat der Variablen und einem konstanten Wert bestand. Gleichungen dieser Art nennt man rein quadratische Gleichungen. Einige Beispiele mit der Gleichungsvariablen x. x hoch 2 ist 49. Diese Gleichung hat in der Grundmenge R zwei Lösungselemente. Man schreibt, x1-2 für die beiden Möglichkeiten ist gleich plus oder minus Wurzel aus 49. Und die Wurzel aus 49 ist 7. Die beiden Lösungselemente werden in die Lösungsmenge aufgenommen. Haben rein quadratische Gleichungen jetzt immer zwei Lösungen? Dieser Sache gehen wir mal auf den Grund. Wie sieht es bei der Gleichung x hoch 2 gleich 0 aus? Nach dem gleichen Verfahren erhalten wir nur ein Lösungselement. Und für die Gleichung x hoch 2 gleich minus 3 kein Lösungselement, da es keine Zahl gibt, die mit sich selbst multipliziert einen negativen Wert ergibt. Zusammengefasst stellen wir fest, dass rein quadratische Gleichungen zwei Lösungselemente, ein Lösungselement oder kein Lösungselement haben können. Vor zwei Wochen war ich auf einer Party und habe mitgezählt, wie oft angestoßen wurde, als zur Begrüßung jeder mit jedem Besucher einmal die Sektgläser erklingen ließ. War ganz schön schwierig. Als ich dann zu Hause war, wollte meine Frau wissen, wie viele Personen auf der Party waren. Und ich antwortete, ich habe sie nicht gezählt. Aber insgesamt wurde zur Begrüßung 66 Mal angestoßen, wenn dir das was hilft. Sie war über die Antwort nicht gerade erfreut. Mit Ihnen möchte ich jetzt die Anzahl der Partygäste ermitteln. Wenn jeder mit jedem anstößt, müssen x mal x minus 1 Begrüßungen beidseitig stattgefunden haben. Da es nur einmal klingt, wenn zwei anstoßen, muss dieses Produkt noch durch zwei dividiert werden und wir erhalten die Gleichung x mal x minus 1 in Klammern geteilt durch 2 ist 66. Mit 2 multipliziert ergibt sich x mal x minus 1 in Klammern gleich 132. Multiplizieren wir die Klammern aus, haben wir auf der linken Seite x hoch 2 minus x. Es handelt sich also um keine rein quadratische Gleichung mehr, da die Gleichungsvariable x sowohl mit der Potenz 2 als auch mit der Potenz 1 auftritt. Man nennt Gleichungen dieser Art gemischt quadratische Gleichungen. Und gelöst werden sie durch einen kleinen Trick. Wir ergänzen den Linksterm der Gleichung so, dass sich ein Binom ergibt. Dies geschieht mit plus 0,5 zum Quadrat. Damit die Gleichung wahr bleibt, muss die Rechenoperation auch am Rechtsterm der Gleichung ausgeführt werden. Man nennt dieses Addieren mit einer geeigneten Zahl quadratische Ergänzung. Jetzt wird auf der linken Seite der Gleichung die zweite binomische Formel angewendet und auf der rechten Seite addiert. Und ab hier geht es analog zur rein quadratischen Gleichung weiter. Auf beiden Seiten radiziert erhalten wir x1-2 für die beiden Lösungsmöglichkeiten minus 0,5 ist gleich plus oder minus die Wurzel aus 132,25. Und die Wurzel aus 132,25 ist laut Taschenrechner 11,5. Auf beiden Seiten 0,5 addiert, kommen wir zu den beiden Lösungen x1 gleich 12 und x2 gleich minus 11. Die zweite Lösung kann hier ausgeklammert werden, da die Grundmenge für die anwesenden Personen sicher die Menge der natürlichen Zahlen sein muss. Wir wissen jetzt, dadurch, dass wir unsere erste gemisch-quadratische Gleichung gelöst haben, dass zwölf Personen auf der Party anwesend waren. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige unter Ihnen Probleme mit der quadratischen Ergänzung hatten. Das ist aber keinen Angstschweiß wert, denn Sie haben das Glück, dass Sie im Telekolleg eine Formelsammlung verwenden dürfen, in der Formeln zur Lösung von quadratischen Gleichungen enthalten sind. Die Herleitung dieser Formeln finden Sie in Ihrem Begleitmaterial. Versuchen wir mal unsere Aufgabe mit einer dieser Formeln zu lösen. Um eine quadratische Gleichung, die in der Form x hoch 2 plus p mal x plus q gleich 0 gegeben ist, zu lösen, kann man die Formel x1-2 ist gleich minus p halbe plus oder minus Wurzel aus p halbe in Klammern zum Quadrat minus q verwenden. Um die Formel anwenden zu dürfen, muss die Ausgangsgleichung in der richtigen Form angegeben sein. Deshalb formen wir unsere Ausgangsgleichung dementsprechend um. Ich übernehme zuerst einmal die Gleichung x hoch 2 minus x ist gleich 132 als Gleichung vor unserer durchgeführten quadratischen Ergänzung. Um die Form x hoch 2 plus p mal x plus q gleich 0 zu erreichen, subtrahiere ich beidseitig und erhalte x hoch 2 minus x oder minus 1x geschrieben minus 132 gleich 0. Dem p ist minus 1 und dem q minus 132 zugeordnet. Und diese Zahlenwerte werden wir für die Belegung der Formvariablen in der Lösungsformel verwenden. Wir erhalten x1 Strich 2 gleich minus minus 1 für p eingesetzt, halbe, plus oder minus Wurzel aus minus 1 durch 2 in Klammern zum Quadrat minus minus 132 für q eingesetzt. Es ist eigentlich nur stupide Einsetzerei. aber Sie müssen mit dem Vorzeichen äußerst sorgfältig umgehen. x1 Strich 2 ist minus und minus gibt plus eins durch 2 plus minus Wurzel aus 132,25 wenn man den Term unter der Wurzel berechnet. und die Wurzel aus 132,25 ist das haben wir heute schon mal gehabt 11,5 auch hier ergeben sich die Lösungen x1 gleich 12 und x2 gleich minus 11 in der Grundmenge n das Lösungselement 12. Die hier benützte Lösungsformel kann aber nur angewendet werden, wenn die quadratische Gleichung die Form einmal x hoch 2 plus und so weiter aufweist. In vielen Schulbüchern wird eine zweite Lösungsformel verwendet. Sie wird angewandt, wenn die quadratische Gleichung die allgemeine Form a mal x hoch 2 plus b mal x plus c gleich 0 hat. Der Vorteil ist, dass man die Gleichung nicht durch den Koeffizienten a von x hoch 2 dividieren muss, ehe man die Formel anwendet. Die Lösungen dazu lauten x1-2 ist minus b plus minus Wurzel aus b hoch 2 minus 4 mal a mal c und das Ganze durch 2 mal a. An einem kleinen Beispiel noch geübt. Ich wähle eine beliebige quadratische Gleichung mit 2x² plus 4x minus 16 ist 0 in der Grundmenge r. Die Formvariablen a, b und c für die Formel ordne ich zu und kann sie direkt einsetzen bei x1-2 ist die vorher genannte Formel. Überall wo ein b steht, übernehme ich die 4 für a Belegungen die 2 und für c minus 16. Eine ganz einfache Angelegenheit. x1-2 ist minus 4 plus oder minus die Wurzel aus 4 hoch 2 ist 16 minus und minus gibt plus 4 mal 2 ist 8 mal 16 ist 128 geteilt durch 2 mal 2 ist 4. Der Radikant ergibt 144 und radiziert 12. Es ergeben sich die Lösungen x1 gleich 2 und x2 gleich minus 4. Da die Grundmenge r gewählt wurde, können die beiden Lösungen in die Lösungsmenge übernommen werden. So, jetzt haben sie, so glaube ich, wieder lange genug ausgeharrt. Das Lösen von quadratischen Gleichungen, das bereits auf eine fast 4000-jährige Geschichte zurückblicken kann, ist für sie kein Geheimnis mehr und auch der Wissensstand von Pythagoras ist in einem Teilgebiet eingeholt. Bis zum nächsten Mathe-Thema, Ihr Heinz Gascher Scheib거나 und das dritte ete weiter. Und bis zum nächsten D Bis zum nächsten Untertitelung des ZDF, 2020